Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Ich möchte gerne Ihnen mein Spezialgebiet vorstellen. Und das ist die Komplementärseele. Was bedeutet Komplementärseele? Dieses Begriff kommt von Latein Komplementum und bedeutet Erfüllung, Ergänzung. Und genau das ist das Ziel bei jeder Partnerschaft. Alles andere hat keinen Sinn. Wir haben vielleicht noch Lernaufgabe. Oder sollen wir noch etwas verändern in unserem Leben? Manchmal ist vielleicht nicht der richtige Augenblick und wir sollen geduldig sein. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass der liebe Gott hat für jede Einzelne, die passende Partner oder Partnerin erschaffen hat. Und dabei möchte ich die Menschen begleiten. Ich nehme das als Aufgabe, meinen Klienten dabei helfen, glücklich zu sein. Nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch beruflich oder dass die Finanzen in Ordnung kommen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass es Beratungen gibt und es wird die Leit anderen ausgenutzt. Und dann halten sie in einem Zustand wie Dualseelen oder Zwillingsflammen und versuchen das noch zu erklären. Für was sollte das gut sein? Und meine Meinung ist, es ist nicht gut. Die einzige Lösung ist davon verabschieden, trennen, loslassen, frei zu sein für etwas Neues. Natürlich gibt es immer wieder mal Hindernisse oder auch sogar Blockaden. Aber ich habe die astrologische Wissen und ich kann Ihnen dabei auch helfen, diese Blockade zu lösen. Ich habe auch meine eigene Methode mit vier Schritten, diese Blockade aufzulösen. Frei zu sein für etwas Neues. Dazu kann ich auch die richtigen Augenblicke beschreiben im Leben. Dazu benötige ich natürlich die Geburtsdatum, Geburtsort und Uhrzeit, weil das berechne ich im Geburtshoroskop. Aber da sind die Veränderungen im Leben und dazu bin ich da als Ratgeber. Und ich möchte Ihnen das anbieten und es liegt in Ihren Händen, ob Sie das annehmen oder nicht. Und noch etwas, was mir im Herzen liegt. Was heißt es Dualseele? Warum sollte die Seele sich teilen? Die Seele ist eins. Es gibt Menschen, die ständig zweifeln oder haben eine gespaltete Persönlichkeit. Aber von dem Göttlichen her, die Seele ist eins und die Seele teilt sich nicht. Aber es gibt Ergänzung und das führt zu einer glücklichen Partnerschaft. Und das, was ich versuche, widerspiegeln. Wir haben diese Spiegel. Und wir müssen das nicht suchen, sondern daran vertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.